Mit unserem Universum stimmt etwas nicht und zwar so richtig, dass es auseinanderfliegt. Das steht seit 1927 fest und dass es dabei immer schneller wird seit 1998 auch. Doch etwas ist dabei konstant. Naja, fast oder nicht oder so genau weiß man das nicht. Die Astronomie tappt wahrhaftig im Dunkeln, denn je nachdem, wie man die Hubble-Konstante, die diese Expansion definiert, misst, kommt etwas gänzlich anderes dabei raus. Clixoom Science & Future. Hier gibt es dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Dieses Video ist entstanden in Kooperation mit Readly.de, dem digitalen Abo-Kiosk für Smartphone oder Tablet. Für nur regulär 9,99 Euro gibt es nahezu alle Magazine und Zeitschriften. Der Link ist hier unter dem i mit einem besonders günstigen Sonderangebot für euch. Hier unter dem Link gibt es die ersten beiden Monate für nur jeweils 1,99 Euro. Ab dann 9,99 Euro. Und es kann jederzeit gekündigt werden. Und wir haben dieses mega spannende Thema dort auf Readly.de aus Spektrum, Sterne und Weltraum. Aber es gibt noch mehr als 5000 weitere Magazine dazu auf Readly. Readly ist wie das Netflix für Magazine. Wissenschaftlich gesehen ist es eine Katastrophe. Denn umso genauer man den Wert der Hubble-Konstante bestimmen will, desto ungenauer werden die Ergebnisse oder unterschiedlicher. Das ist wirklich paradox. Denn die Messergebnisse werden eigentlich immer genauer, aber liegen immer deutlicher auseinander. Aber wie kann das sein? Wie ist das Unmögliche möglich? Und diese tatsächlich ziemlich aussichtslose Lage der Kosmologie. Die Forschenden versuchen, bei jedem Verfahren ein möglichst exaktes Ergebnis zu erzielen. Aber je nach Verfahren sind die Ergebnisse vollkommen anders. Zur Messung der Expansion des Universums werden Himmelskörper herangenommen, von denen man ganz exakt weiß, wie hell und wie heiß sie sind. Wie bei einem Leuchtturm weiß die Forschung so viel über diese Himmelskörper, dass sehr viele weitere Werte an ihnen bestimmt werden können. Unter anderem eben die Hubble-Konstante. Denn sie beschreibt die Geschwindigkeit, mit der das Universum auseinanderfliegt. Und das tut das Universum mit zunehmender Entfernung, mit immer höherer Geschwindigkeit. Die Hubble-Konstante beschreibt deshalb auch keine feste Geschwindigkeit, sondern die Zunahme der Geschwindigkeit mit steigender Entfernung. Sie wird pro Megaparsec ermittelt. Das entspricht einer Entfernung von 3.260.000 Lichtjahren. Und dieser Wert liegt bei, ja, das kann ich einfach nicht sagen, je nachdem, wie man das misst, kommt ein anderes Ergebnis raus. Namensgeber Edwin Hubble lag bei seinen eigenen Messungen noch komplett daneben. Er hatte Sterne verwechselt und kam so auf ein Ergebnis von 500 Kilometern pro Sekunde und Megaparsec. Also pro Megaparsec nahm die Geschwindigkeit laut Hubble pro Megaparsec um 500 Kilometer zu. Eine Galaxie, also die ein Megaparsec von uns entfernt ist, würde sich nach Hubbles Berechnung mit 500 Kilometern pro Sekunde von uns entfernen. Eine Galaxie im Abstand von zwei Megaparsec doppelt so schnell, also mit 1000 Kilometern pro Sekunde und so weiter und so fort. Das Prinzip scheint tatsächlich zu gelten und wurde immer wieder bestätigt. Nur der Wert lag bei den Ergebnissen von Hubble komplett daneben. Sein Fehler war, dass er andere Sterne mit den Zepheiden verwechselt. Diese Sterne verändern periodisch ihre Leuchtkraft und Größe und mit Hilfe der Dauer der Periode kann ihre Leuchtkraft definiert werden. Das heißt, dass man ihre Helligkeit sehr genau kennt und damit ihre Entfernung exakt bestimmen kann. Verwechselt man diese Sterne nun, wie es Hubble unterlaufen ist, dann kommt man zu falschen Ergebnissen. Da die Leuchtkraft mit der Entfernung abnimmt, weiß man damit sehr genau, wie weit sie entfernt sind. Die Geschwindigkeit kann jetzt durch die Rotverschiebung des Lichts ermittelt werden. Die setzt sich zusammen aus der Eigengeschwindigkeit von Objekten und eben der Expansion des Universums. Für beide gilt, wenn sich Objekte von uns entfernen, dann wird die Frequenz niedriger beim Licht röter. Bei Schalltiefer, das kennen wir als Dopplereffekt vom vorbeifahrenden Autos mit Martinshorn, kommen sie auf uns zu, ist der Ton hoch und entfernen sie sich, wird der Ton tiefer. Jetzt muss man die Eigengeschwindigkeit der Sterne herausrechnen und schon hat man die Geschwindigkeit, mit der sich die Sterne entfernen. Weitere Sterne, bei denen man die Leuchtkraft genau kennt, sind Super Norway vom Typ 1a oder rote Riesensterne wie zum Beispiel Beta-Igolze, die an einem exakt definierten Punkt ihrer Entwicklung explodieren. Es gibt also drei verschiedene Arten von Sternen, bei denen die Astromie so viel über sie weiß, dass sie Entfernung und Geschwindigkeit exakt bestimmen kann. Aber auch mit der kosmischen Hintergrundstrahlung oder Gravitationslinsen lässt sich die Hubble-Konstante bestimmen. Von all diesen kosmischen Phänomenen gibt es so viele Informationen, dass die Hubble-Konstante exakt bestimmt werden kann. Und jetzt wird es frustrierend. Diese exakten Ergebnisse sind grundverschieden. Erst Anfang der 10er Jahre wurden die Daten des Planck-Weltraumteleskops veröffentlicht. Es lieferte die bislang detailreichste Karte der kosmischen Hintergrundstrahlung und eine Hubble-Konstante von 67,74 km pro Sekunde je Megaparsec. Das Spitzer-Weltraumteleskop lieferte dagegen anhand von Zepheiden davor einen Wert von 74,3. Das Hubble-Weltraumteleskop wiederum mit Zepheiden und Super Norway vom Typ 1a 74,2. Die beiden Werte liegen ja wenigstens einigermaßen beieinander. Und wenn man berücksichtigt, dass beide Messungen eine Abweichung von plus minus 2,1 km pro Sekunde und Megaparsec bei Spitzer und 3,6 beim Hubble-Weltraumteleskop zulassen, dann decken sich die Ergebnisse fast. Zunichte machen das aber wieder die Messungen an Gravitationslinsen. Also so starken Gravitationsfeldern, zum Beispiel um Galaxien, die das Licht von Objekten wie eine Linse so stark krümmen, dass Galaxien dahinter zwei- oder sogar viermal auftauchen. Und dabei legt das Licht unterschiedliche Wege zurück. Zum einen sind es tatsächlich Umwege durch die Krümmung der Raumzeit in der Gravitationslinse. Und zum anderen unterliegt ein Lichtstrahl, der durch den dichteren Teil der Gravitationslinse zu uns gelangt, größeren relativistischen Effekten, das heißt einer größeren Zeitdilatation. Die Zeit im Lichtstrahl läuft langsamer. Das sind Effekte von einigen Wochen und Monaten. Das Ergebnis? 69,7 Kilometer pro Sekunde und Megaparsec. Es ist wirklich zum Mäusemelken. Und es geht hier nicht um irgendeine Petitesse, eine Unwichtigkeit. Diese unterschiedlichen Ergebnisse stellen die gesamte Kosmologie in Frage. Stimmt da etwa alles nicht, was wir über unseren Kosmos wissen? Welche der drei Grundannahmen sind also falsch? Gilt die Relativitätstheorie nicht? Das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Sie wurde in so unendlich vielen praktischen Versuchen immer wieder bestätigt. Das ist nahezu unmöglich. Gibt es etwa keine dunkle Materie? Oder stimmt etwas nicht mit der dunklen Energie? Für die dunkle Materie gibt es ja eine heiße Spur. Wir haben ja gerade erst mit Professor Günther Hasinger gesprochen, dem wissenschaftlichen Direktor der ESA, der schwarze Löcher für die dunkle Materie hält. Und die dunkle Energie? Da gibt es ja die größten Fragezeichen. Könnte es hier durch die Vereinigung von Quantenphysik und Relativitätstheorie eine neue Sichtweise ergeben? Ist es vielleicht ein Feld, das in mehr als in unseren bekannten vier Dimensionen existiert und dadurch veränderlich ist? Denn wir dürfen nicht vergessen, umso weiter weg die gemessenen Objekte zur Bestimmung der Hubble-Konstante sind, desto älter sind sie. Und damals könnte eben ein anderer Wert für die dunkle Energie gegolten haben. Und das würde bedeuten, dass wir in einem ganz anderen Universum leben, als wir bisher gedacht haben. Das Thema stammt aus Readly.de, eine App, die ich schon seit geraumer Zeit nutze, weil man da wirklich nahezu alles findet, wie zum Beispiel hier die Hubble-Krise in Spektrum, Sterne und Weltraum. Allein für dieses Magazin lohnt sich schon das Readly-Abo und es ist papierfrei. Kein einziger Baum wird gerodet. Aber auf Readly gibt es noch weitere, mehr als 5000 Magazine. Das Sonderangebot für euch gibt es hier. Einfach draufklicken. Der Link ist übrigens auch in der Videobeschreibung. Also draufklicken und los geht's. Bis dann. Bleibt dran.